Die Silvesterparty trieb dem Höhepunkt zu. Mit von der Partie waren Bill Cornolli und seine Frau Sheila, Zuko, Jane und John Sinclair. In wenigen Sekunden war Mitternacht. Jane rief Mach das Licht aus, damit wir das Feuerwerk besser sehen. Oh ja, aber sonst nicht. Noch 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Mord. Mord. Wer ist das? Die Frau mit dem schönen grünen Smerdhalsband. Juggles Black. Wo ist sie? Draußen im Garten bei der Tannengruppe liegt sie. Haben Sie jemand gesehen? Wir hörten sie. Schweine. Als wir hinkamen, da war sie schon tot. Komm, Zuko. Sie bleiben bitte alle im Haus. Hier liegt sie. Er ist ja schrecklich zugerichtet. So kommen. Grauenhaft. Das war kein Mensch. Wie kommst du darauf? Schau mal. Das sind Spuren wie von Tigerkrallen. Wo soll denn hier ein Tiger herkommen? Die Smaragd-Halskette ist weg. Da ist jemand. Dort, an der Gartenmauer läuft er. Bleib du hier. Ich verfolge ihn zu kommen. Vorsicht schon. Dahinter ist gleich der Tannenwald. Stehen bleiben. Oder ich schieße. Das war natürlich ein Bluff. Wer nimmt schon eine Pistole zu einer harmlosen Silvesterparty mit? Der Verfolgte verschwand im nachtdunklen Tannenwald. Anfangs hörte ich noch seine Schritte. Dann war es still. Totenstill. Dann hörte ich ein Geräusch und ein Schlag traf mich auf den Hinterkopf. Date's Tiff hatte in der Silvesternacht einen zu viel getrunken. Das machte seinen Fahrstil nicht besser. Als er um eine Kurve kam, geschah es. Ein Mann sprang ihm in den Weg. Runbar 2 2 3 4 5 5 6 8 9 19 20 19 21 21 21 21 22 Vielen Dank.